Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 43.500 US-Dollar. Ich bin wieder back, nachdem ich jetzt zwei Tage ein bisschen auf Messe war, da ein bisschen unterwegs war und hier ein bisschen unterwegs war. Wirklich viel habe ich nicht verpasst, außer dass der Kurs gepumpt ist bis zum geht nicht mehr. Wir sind in der Spitze sogar hier auf 44.500 US-Dollar gekommen. Bei Coinbase waren wir sogar auf 45.000 US-Dollar. Also wir sehen, wir sind in einem phänomenalen Abtrend. Shorten würde ich momentan weiterhin komplett abraten. Wo wir uns möglicherweise noch hinbewegen könnten und wo danach die Reise hingehen könnte. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Natürlich auch einen Blick auf Ethereum werfen und später kommt dann noch ein kleines Altcoin-Update-Video. Bevor wir hier durchstarten, lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr natürlich kostenlos unten in der Videobeschreibung. Ich erinnere euch nochmal an dieses Video. Nehmt euch einfach mal diese dreieinhalb Minuten Zeit. Ist mir sehr, sehr wichtig dieses Thema. Deswegen schaut es euch gerne an. Und wenn ihr noch nicht registriert seid bei BingX, auch da weiterhin 10% Rabatt, wenn ihr euch mit dem Link unten in der Videobeschreibung anmeldet. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 43.500 US-Dollar. Ja, wir sind ununterbrochen weitergepumpt. Und das, obwohl weiterhin das Schema eigentlich gleich ist. Wir haben weniger Marktvolumen, was reinkommt. Also ihr seht hier, die Pushes werden immer, immer weniger. Die BTC auf Börsen werden immer, immer weniger. Natürlich, weil die Institutionen kaufen. BlackRock kommt rein, die ganzen ETFs und so. Ihr kennt das ganze Spiel. Das ist ja nichts mehr Neues. Nur einen Short würde ich hier explizit auch nicht eingehen. Wir blicken uns das, oder wir schauen uns das Ganze mal ganz kurz auf den Daily-Timeframe an. Wir sehen, der Abtrend ist intakt. Wir werden wahrscheinlich Kurse von 12.000 US-Dollar, könnt ihr euch von der Fahne streichen. Korrektur wird sicher kommen, weil, wie gesagt, einerseits natürlich das Volumen, auch wenn wir jetzt mal so ein bisschen Vergangenheit sehen, ihr seht, die letzten Tage, das Volumen geht immer, immer weiter aus dem Markt heraus. Wir haben massive bearische Divergenzen im Markt. Die Frage ist nur, wann kommt die Korrektur. Und dafür müssen wir eben mal ganz kurz in den Daily-Timeframe schauen. Schauen uns, okay, welche Widerstände kommen denn jetzt auf uns zu. Und da sehen wir auch, okay, diese Ineffizienz, die hier drüben noch offen war, hier bei eben 44.400 US-Dollar, wurde jetzt gefüllt, wie gesagt, bei manchen Börsen. Und das ist jetzt auch wieder so dieses Spielchen. Bei manchen Börsen gehen wir ein bisschen höher, bei manchen ein bisschen tiefer, so wie jetzt bei Coinbase zum Beispiel. Deswegen muss man hier verdammt vorsichtig sein. Aber diese Ineffizienz hier, die schon lange offen war auf Daily-Sicht, diese wurde jetzt erst einmal gefüllt. Außerdem kommen wir dann jetzt hier in den Widerstandsbereich bei knapp 46.000 US-Dollar, bis zu unserem Golden Pocket bei 51.000 US-Dollar. Das war dieses Jahr unser Maximalziel eigentlich, sage ich jetzt einfach mal, dass wir uns dieses grobe Golden Pocket hier oben möglicherweise erreichen und von hier aus dann diese massive Korrektur nochmal kriegen. Diese massive Korrektur wäre natürlich aber eine bullische Korrektur. Wie gesagt, wir haben einen bullischen Abtrend. Es spricht momentan nichts dafür, dass wir hier nochmal einen Completed Reversal kriegen, dass wir hier wirklich nochmal Richtung 22.000 oder 18.000 US-Dollar fallen. Denn diese Situation hat sich eigentlich erübrigt, nachdem wir hier wirklich massiv durch die Marke von 31.200 beziehungsweise 32.800 US-Dollar gebrochen sind. Trotzdem sind Korrekturen sehr, sehr gut möglich. Nur ich würde diesen ganzen Bereich nicht shorten. Je nachdem, wo eben hier unser Golden Pocket dann jetzt liegt, von dieser Aufwärtsbewegung könnten wir so Kurse zwischen 32.000 und 35.000 US-Dollar erwarten. Das wäre eine massive Korrektur, ist aber, wie gesagt, für einen Bullrun, für alle, die auch schon mal einen Bullrun mitgemacht haben, die wissen, das ist eigentlich gar nicht 20-30% Korrekturen. Und für neue, daran müsst ihr euch gewöhnen, in einem Bullrun wird sowas sehr, sehr schnell passieren und dann auch so, dass kein Marktteilnehmer überhaupt eine Chance kriegt. Wie gesagt, in den kleineren Timeframes spricht eigentlich alles dafür, hier jederzeit eine Short-Position reinzumachen. Ich würde hier aber einfach derzeit ein bisschen von abraten. Natürlich, wir haben eben dieses geringe Volumen, was einfach hier jederzeit, oder was wir schon seit Tagen eigentlich haben, wir haben ja schon vor ein, zwei Wochen darüber gesprochen, dass diese Aufwärtsbewegung natürlich ein Abtrend ist, aber, wie gesagt, durch wenig Liquidität geprägt ist, was halt immer mehr dazu führen könnte, dass wir eben jetzt bald eben diese Korrektur kriegen. Ich würde aber, wie gesagt, diesen Bereich einfach nicht shorten. Das Risiko ist einfach zu hoch, trotz, wie gesagt, Divergenzen, trotz wenig Volumen. Wir könnten jederzeit, wie gesagt, diesen letzten Push noch hier hochkriegen und das wäre dann eher so ein kleiner Short-Versuch, wo ich sagen würde, okay, hier bei 48 bis ungefähr 51.000 US-Dollar, wo eben das Golden Pocket liegt, dort können wir über eine Short-Position nachdenken. Da kann man das Risiko ein bisschen genauer eingeben, weil wir sprechen hier von einem massiven Golden Pocket, vom All-Time-High bis zu unserem, ja, Bernmark-Tief und dass wir dann eben diese Korrektur auf möglicherweise unseren Abstand erst einmal kriegen und diesen dann fortsetzen in Richtung, ich sage es mal, zwischen 30.000 und 35.000 US-Dollar ist alles möglich. Kann diese Rallye jetzt noch ein bisschen weitergehen? Ja, grundsätzlich schon, wie gesagt, die 46 bis 51 oder 50.000 US-Dollar sind auf jeden Fall noch drin. Der Markt wird aber irgendwann früher oder später korrigieren. Komischerweise, wenn wir mal ganz kurz auf die Indizes gucken, die juckt es auch überhaupt nicht. Also auch hier, ihr könnt euch an den Marktausblick erinnern, ich bin immer noch extrem, extrem skeptisch, was diese Märkte anbelangt, also Nasdaq, S&P 500 und natürlich auch Dow Jones und sowas. Die Märkte halten sich weiterhin extrem stabil, weshalb auch hier weiterhin kein Short geplant. Das ist das Einzige, was gut läuft. Da muss man mal sagen, was momentan wirkt, ist eben unser Euro-Short. Der läuft weiterhin mit zwei Take-Profits, aber ansonsten bin ich hier momentan jetzt erst einmal fein raus. Ich gucke mir die Sache gerne von der Seitenlinie an, aber rein shorten oder jetzt irgendwie hier noch was reinloggen, kann ich jetzt an dieser Stelle überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn dann eher long als short, aber die Long-Positionen sind einfach viel, viel zu risikoreich, eben durch dieses Szenarien mit dem wenigen Volumen, mit den Divergenzen, die wir auf Daily, auf den kleinen Timeframes etc. pp. haben. Hier haben wir jetzt nochmal in den 1-Stunden-Timeframes, wie sieht es dort aus? Auch hier eine minimale, sage ich jetzt einfach mal, Bearish Divergence. Wir könnten uns nochmal diese Liquidität hier drüber abgreifen, so in Richtung, ich sage jetzt mal 45.000 US-Dollar, wie wir bei Coinbase waren, um einfach so die Marktverhältnisse wieder ein bisschen auszugleichen. Weil wenn der eine bei 45.000 US-Dollar schon Short hatte, dann wird auch versucht, diese Orders, vor allem bei Coinbase, diese Orders nochmal abzuholen. Das heißt, hier so ein kleines Doppeltop wäre dann auch vielleicht in den ganz, ganz kleinen Timeframes nochmal eine Möglichkeit hier vielleicht für einen kurzfristigen Short. Aber das, wie gesagt, müssen wir uns dann im Laufe des Tages ein bisschen angucken. Schauen wir uns die Fearium an, wie sieht es dort aus? Auch hier hat die Rallye jetzt endlich begonnen. Auch hier waren wir nicht in einem Long jetzt mehr drinnen. Nachdem mir diese ganze Situation hier in dieser Seitwärtsphase überhaupt nicht gefallen hat, sind wir impulsiv nach oben ausgebrochen. Ein kleiner Retest nochmal dieser 2150 US-Dollar-Marke gestartet und seitdem in der Spitze bis auf 2300 US-Dollar gestiegen. Auch hier müssen wir jetzt mal in den Daily-Timeframe reingucken. Da sehen wir auch, hier ist das Shorten nochmal viel, viel extrem schwerer. Warum? Wir haben hier natürlich noch diese riesige Ineffizienz, die uns theoretisch bis 2700 US-Dollar führen könnte. Das heißt, auch hier, wo setzt du hier deinen richtigen Stop-Loss? Wir haben eine massive Daily-Supply, die hier drin ist. Das heißt, du musst deinen Stop-Loss hier mindestens auf 2470 US-Dollar legen. Allein das wären schon mal 8%. Und wenn du ganz, ganz sicher sein willst, musst du ihn hier hochlegen, dann wärst du bei 32%. Ihr seht, Shorten ist derzeit in den großen Timeframes absolut unmöglich, weil wir jetzt einfach in Zonen angelangt sind, die vor knapp eineinhalb Jahren einfach entstanden sind mit einem Schuss nach unten. Und das macht es jetzt gerade umso schwerer. Und deswegen rate ich komplett ab von irgendwelchen Shorts. Im 4-Stunden-Timeframe sieht das Ganze auch wieder so ähnlich aus wie bei Bitcoin. Bearish Divergence, höheres Hoch. Aber hier sieht die Struktur noch einigermaßen gut aus. Hier haben wir noch ein bisschen mehr Volumen-Spikes drin. Trotzdem, wie gesagt, ihr seht hier hinten diesen enormen Dump nach unten hin. Da liegt eine Menge Short-Orders und die kann sich der Markt noch holen. Also eher Long als Short, aber mir wäre das Risiko, ehrlich gesagt, derzeit zu hoch. Ich warte, bis mir der Markt richtige Impulse gibt für einen richtigen Short. Und den sehen wir dann so langsam in den 1-Stunden-Timeframes. Und auch da ist es momentan noch nicht wirklich eindeutig. Ja, ansonsten gerne mal eure Meinung unten in die Kommentarspalte schreiben, was ihr momentan von diesem Markt haltet. Ist es absolut surreal? Was macht ihr? Kauft ihr? Ich bin ehrlich, ich kaufe momentan trotzdem weiter täglich ein. Gerne mal eure Meinung dazu reinschreiben. Und dann würde ich sagen, hören wir uns später noch zum kleinen Altcoin-Update-Video. Und ja, dann Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und ja, bis später. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Bis dahin. Was bedeutet Kircherschehen-Meister ¿Ф Kathryn? Ciao zu Altcoin-Update. Jericho into ist ja alles zurosoft. Das war ich. Vielen Dank.